Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3, 2, 1 Ja, meine Damen und Herren, wir melden uns heute mit einer Sondersendung von MÜBRI TV. Wir sind heute hier am Hauptquartier vom Medienbüro Müller-Bringmann auf der Hilbingstraße in Mönchengladbach. Die Hilbingstraße ist eigentlich eine ganz normale, rohe Wohnstraße. Hier passiert eigentlich nicht viel, aber heute tut sich's Ungewöhnliches. Hier ist irgendwas im Gange. Meine Mitarbeiter scheinen hier irgendetwas vorzuhaben. Ich weiß nur noch nicht, was. Das ist unglaublich. Guido, was machst du da? Basel, komm bitte hinterher. Ich möchte gerne jetzt wissen, was hier los ist. Wir gehen jetzt rein und gucken mal. Und das ist mir auch noch selten passiert, dass mir im eigenen Haus die Tür zugeschlagen worden ist. Basel, bitte. Wir müssen jetzt was unternehmen. Du gehst von hinten, ich von vorne und wir werden dann investigativ tätig werden. Wir wollen sehen, was die Jungs und Mädels da machen. Basel, los. Fass. 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 Untertitelung. BR 2018 Auf der Suche nach den Mitarbeitern. Hallo Typ, weißt du, wo meine Mitarbeiter sind? Also ich verstehe das ja nicht. Hier ist ja überhaupt nichts zu finden. Oh, der Schlitten. Super Teil. Päckchen sind gepackt, aber meine Leute sind auch hier nicht. Ja, die Suche geht weiter. Irgendwo müssen sie doch sein. Ich frage doch mal da hinten meinen Namensvettern, den Heiligen Drei Königen. Übrigens, das ist der Schwarze, so wie meine Seele. Hallo Kaspar. Mann, alter Kerl. Bist auch schon ziemlich alt geworden hier. Sag mal, hast du meine Mitarbeiter gesehen? Ich meine so von Kumpel zu Kumpel, zu Kaspar zu Kaspar. Kannst mir doch verraten. Bist aber auch sehr schweigsam. Na ja, dann muss ich wohl weitersuchen. Hallo Balthasar. Hey, Melchior, du auch hier. Eins, zwei, drei. Frohe Weihnachten und nur gute Nachrichten für 2014. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020